. . . . . . Wie geil! Danke! Was wäre ein Sommer ohne ein neues Abenteuer? Wer ist erst da oben? Die coolste Bande der Welt kehrt zurück. . Frank! Habe ich gewonnen? Um ihren Freund zu retten. Er braucht eine neue Leber. Ich weiß, das klingt schrecklich. Ist aber leider so. Wie siehst du denn aus? Wurdest du von den Simpsons adoptiert? Simpsons, oh Mann. Wir müssen sie alles geben. Wir müssen Dennis aus dem Knast holen. Das ist unsere einzige Chance, Frank zu retten. Das ist der ausbruchssicherste Knast in ganz P-P-Pot. Aber doch nicht der einbruchssicherste. Tja, sieht so aus, als ob wir ein neues Hauptquartier bräuchten. Tada! Du hast, du hast, du hast, das deutsche Superhelden. Tag! Ich schau beim Meeting am 11. Superhelden. Ihr braucht meine Hilfe. Du hast, du hast, du hast, das deutsche Superhelden. Was fliegen da oben? Superhelden. Superhelden. Ihr wollt, dass ich meine Autorität als Erziehungsberechtigter an den Nagel hänge und mit euch in den Mist verbocke? Mhm. Glaubt ihr wirklich, dass ich es gut finde, dass ihr euch gegen alles und jeden auflehnt, anstatt einfach mal auf die Erwachsenen zu hören und euch an Regeln zu halten? Mhm. Ja gut, ich bin dabei. Mich interessieren ihre Scheiß-Vorschriften nicht. Sie dummes Arschloch. Wir haben Dennis reingebracht und wir holen ihn noch wieder raus. Ich rette Meid. Ein für alle. Ein für alle! Ein für alle! – Findest du das cool? – Wieso? Weil du den Stift die ganze Zeit falsch rum im Mund hättest. Ihr größtes Abenteuer beginnt im Januar 2011.